Es gibt kein Zurück mehr. Sie werden selbstständig sein und Sie können sich bei Franchise-Systemen in der Regel auf eine erfolgreiche Selbstständigkeit führen. Davor gibt es noch einige Aufgaben zu erledigen. Überschrift Projektmanagement. Seien Sie froh, dass Sie nun einen Franchisegeber an Ihrer Seite haben, weil er hilft Ihnen dabei, dass keine behördliche Genehmigung vergessen wird. Er überwacht die Handwerker, dass alles taggenau und wie geplant vollzogen wird. Ihre Finanzierung ist in trockenen Tüchern, weil das Zahlenwerk des Franchisegebers stimmte. Der Blick in Ihren Terminkalender sagt, ich habe Eingangsschulung, ich muss vielleicht sogar schon Personal suchen. Der Franchisegeber kümmert sich darum, dass die Ware disponiert wird. Sie sollen ja nicht mit einem leeren Laden eröffnen. Der Countdown für die Werbung läuft. Die Kunden in Ihrer Stadt wissen schon, es gibt sie ab 17. des nächsten Monats. Das muss alles präzise klappen. Sie sind eigentlich schon Unternehmer, obwohl Ihr Laden noch im Endstehen ist. Aber steht man Ihnen sehr professionell zur Seite. Und in den meisten Fällen, es gibt immer mal kleine Fehler, klappt auch alles ganz hervorragend. Wir nennen diese Phase, diesen fünften Schritt, System Integration. Freuen Sie sich auf eine erfolgreiche Zukunft als Franchisepartner.